SIF ist ein System-Informationstool. Nachdem ihr das ganze entpackt habt, könnt ihr das natürlich auch starten. Ich starte jetzt hier die 64-Bit-Version, ihr könnt aber auch die 32-Bit-Version starten, die darüber ist, in meinem Fall. Nachdem ihr diese gestartet habt, kommt ja auch schon das Grundfenster zu sehen von SIF. Ja, dieses hier. Und jetzt könnt ihr euch natürlich hier alle Hand von Informationen anzeigen lassen zu euer Betriebssystem mit allen Hardware-Komponenten und dazu die Informationen. Ich werde jetzt hier nicht näher eingehen auf alle Punkte. Ich werde hier die Punkte einzeln durchgehen, damit ihr seht, was das Programm alles kann und alles anzeigt. Ja, gut, dann schaut euch das Ganze einfach mal an oder lasst es einfach. Es sind leider viel zu viele Informationen, die angezeigt werden, um diese alle einzeln zu erklären. Deswegen lasse ich es an dieser Stelle einfach mal. Ja, das erste, was ich hier gemacht habe, ist übrigens die Sprache eingestellt auf Deutsch. Das ist dann vielleicht ein wenig einfacher zu verstehen, die Software. Aber wie gesagt, schaut euch das Ganze an oder macht einfach aus und downloadet euch die Software und schaut euch sie selber an. Das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.